Einen wunderschönen, da bin ich mal wieder euer Odin und ich begrüße euch zu einem neuen Odin war shoppen. Ich kann in diesem Video leider nicht alles zeigen, was ich gekauft habe, weil da sind Sachen für meine Freundin zum Gebotsstag mit bei, da sind Sachen für meine Tochter zum Gebotsstag und zu Ostern mit bei. Das werde ich vielleicht später mal noch machen. Ich habe mir jetzt diesmal nur zwei Sachen gekauft und zwar einmal ein Küchenmesser. Hier sind noch die Sicherheitsdinger dran. Ich habe die gerade nur ausgepackt schon, weil ich neugierig war. Und meine Freundin sagte immer, wir haben nicht genug Messer, vor allem nicht genug scharfe Messer. Und da habe ich mir dieses geholt, war im Angebot für 12 Euro noch was oder so. Ich weiß es nicht mehr. Muss ich bei Amazon reingucken, was ich bezahlt habe. Und dann wurde unten auch gesagt, Nutzer, die das gekauft haben, haben auch das gekauft. Und da bin ich dann auf ein Messerschärfer gekommen für 12,99 Euro, glaube ich auch oder 13 Euro, auch von dieser gleichen Firma. Achso, das Logo ist nur da drauf, da. Icoc oder so. Und da dachte ich, Mensch, geht doch bestimmt noch billiger. Und dann habe ich dann den Messerschleifer einfach mal so bei Amazon gesucht und habe von Luxebel oder so, so heißen die. Ich glaube, ihr könnt da nicht richtig sehen. Habe ich mir diesen gekauft. Er hat Fotos natürlich an meine Freundin geschickt, ob das Ding okay ist. Und der hat nur 8 Euro noch was gekostet. Ich weiß jetzt nicht genau. 8 Euro noch was. Also wie viel genau, weiß ich nicht. Aber 8 Euro und ein paar Sack quetscht das. Definitiv. Da habe ich dann halt Fotos davon gemacht und den meiner Freundin geschickt. Der Jute ist halt, der ist hier schön flach. Den kann man dann schön auf dem, ich zeige euch das mal, auf dem Boden schön auflegen. Kann man so hinlegen. Auch mit dem Griff. Und hat sie gesagt, ja, der Griff ist hier hinten extra noch was, dass man nicht abrutschen kann. Also man rutscht nicht ab. Das ist halt auch so ein bisschen gummiert und man kann halt nach hinten nicht wegrutschen. Dann kann man den schön griffig halten und Messer damit schleifen bzw. halt schärfen in drei verschiedenen Sachen. Das ist, was ist das? Fein, Cross, Cree. Keine Ahnung. Ich kenne mich mit dem ganzen Scheiß nicht aus. Das ist mein erster Messerschleifer. Ja. Und daher habe ich den geholt. Ich habe hier noch mehrere Sachen. Ich habe auch das, aber das kann ich jetzt hier in dem Video in der Waage. Die wird dabei gleich ein Video zu machen. Das will ich aber in diesem Video nicht mehr drin nehmen, weil das habe ich nicht selber gekauft. Das habe ich von der Firma bekommen, weil ich habe mich ja sowieso gerade für Küchenartikel so ein bisschen schlau gemacht. Und demnächst wird mir ein paar Töpfe noch kaufen. Und meine Töpfe langsam den Geist aufgeben. Und ich habe dann eine E-Mail, hättest du Bock oder so und habe gesagt, Mensch, das passt doch wie du faust aufs Ohr. Aber das möchte ich hier nicht mehr drin nehmen, weil, wie gesagt, das habe ich nicht selber gekauft. Die Produkte habe ich selber gekauft von meinem eigenen Geld. Das nicht. Da werde ich gleich ein Video zu machen. So. Das war auch mit Odin Warshoppen. Das war diesmal wirklich ein ganz kurzes. Ich habe nur diese beiden Sachen geholt und natürlich Sachen geholt, die ich jetzt hier nicht zeigen kann, da meine Freundin auch meine Videos guckt. Ja. Und deswegen kann ich euch die nicht zeigen. Ja. Dann würde ich mich jetzt hier erstmal verabschieden. Ich mache gleich ein Video zur Waage und zur Gaming-Tastatur und heute Abend dann wieder live. Bis dahin verabschiede ich mich. Ahoi, sagt euer Odin.